Ja, warte mal, so. Jetzt muss ich die Mut-Armonie heute richtig nehmen. Das ist der C-Griff, so. Wahrscheinlich eine Sonnenbrille, damit du es irgendwie wunderbar kannst. Das ist irgendwie so unsere Farce. Der Schwund am Monika. Meine Peine Stimme in den Hauses ist auch in Frank Rieferung gelaufen. Äh, bin ich alleine? Ja. Warum? Da wäre alles... Akustisch untermal, das Ganze. Aber hallo. Nee, das war ja... also das war das denn, sag mal. Keine Ahnung. Auf dem Dach geslidet. Ja, die auf die Schnauze. Vorsicht, hier im Haus. Es wird... es ist kaum wahrscheinlich, dass genau jetzt Panzer schießen. Also wenn ein Feind da ist, müssen wir unbedingt rufen. Das ist das einzige, was wir machen können. Ach so, jetzt fahre ich ja doch in die Infantrie, im Moment. Ja. Links, 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 wir müssen nach links. Wir müssen mehr nach links. Alter, das ist halt sowas von gezischt, ey. Der hat hier unter richtig offene Fenster geschossen, ey. Gleich alle tot. Ich weiß. Die werden schon beschissen. Da ist ein Feind. Ich werde kurz auf dem parken. Ich steig der Pedale aus. Überfahr den. Überfahr den, überfahr den. Du musst jetzt das MSP um alle anderen rauskämpfen. Wo ist der, wo liegt der? Hinten am... Hinten am Hügel. Also der Typ ist so ordentlich, ey. Hier hinten rechts, rechts am Hügel ist ein ganzer Druck. Ich muss mich erst heilen. Der nimmt die Decken weg. Warte, ich hau dir ne Granat von ihm. Danke, lass mich überfahren. Dann kommt du die Trunker, oder? Ja. Wir müssen realisieren. Was krabbelt der mir auch in die Gesicht? So geil. So ganz trocken direkt in die Fresse. Headshot. So gut. Ey, aber ganz ehrlich. Das ist vollkommen seine Schuld. Na, also kein... Kein Thema, aber das sah so gut aus. Spons, dann kannst du den Gott gleich noch schnell mit hochholen. Was? Barometer? Meter. Meteorological... Äh... Weather Forecast. Wo liegt der Gorde? Direkt am Rallye. Leicht südlich. Oh. Ich hab den am MSP erwischt. Der MSP ist wieder frei, der ist aber aufgeklärt. Vielleicht mal weiter gehen an die anderen... an die anderen Trupps. Also kein Sekret, wie kann das Wetter sagen, die im Raum Frankfurt. Erst ab 22 Uhr. Da haben wir ja Glück. Ja, dann... Geht sich's noch auf... Von dem anderem aus. Von dem Großen? Von der Scheune? Ja, von... Ne, nicht von der Scheune, sondern von dem davor. Ich bin hier bei der anderen. Das ist blöd. Moment mal. Ich brauche das Fahrzeug da eigentlich, dass das so hinfährt, dass ich da auf das Dach kommen kann. Belastend ist das. Möchtest du ein Eisgutschein? Ich hab hier noch ein Ding für 10 Euro. Ja, gern. Gut, gell. Was gibt denn für 10... Kriegt man eine Kugel heutzutage, ne? Eine halbe. Aber... Aber ohne Waffel. Einfach in der Hand. Irgendwann gibt's gar kein Eis mehr. Als wir früher noch drin schleckten. Ja, genau. Ähm. Ich bin veganer, ich nehme mir die Waffel. Was? Ihr fährt random ein MSP rum. Im Südwesten, Libano. Oh. Ich markiere mal grob, oder wie? Ne, ich halte ja noch nicht. Ich versuche ihn rauszuschossen. Okay, ich hab ihn rausgeschossen. Äh, ja. Ich markiere mal westlich der Muni-Kiste. Ja, lauf mal bitte hin. Dann, äh... Ich eile, ich eile. Ist schon zerstört. Ah, umso weiter. Hat die Halbkette irgendwie geknackt. Was hat er denn denn gedacht? Was da auf der Rallye ist natürlich wirklich gut. Libano, ich spau ihn jetzt hinter dir. Ich hör's. Oh, Haus ist voll. Vorsicht. Ja, ist verstanden. Ja, MP gehen wir schon. Unser Problem ist eher der, ähm, Sherman und der Stack-Out. Wow. Unten. Die schneiden die komplette Versorgungswege ab. Was? Ich kann's... Moment, ich kann's noch nicht markieren. Ich muss erstmal hier meine Hausricht sichern. Ich hab ihn nicht, hol euch Jungs. Also, was noch zu holen ist. Ich bin gut. Die haben nicht mal angefangen zu kämpfen, das ist gut. Ja, ich könnte mir schaffen. Mit dem Clank-Class. Ich muss kurz einem kämpfen, der da... Schön, ja, ja, der war gut. Jetzt kommt die Artie, also Deckung, letzter Anstrom ist. Komm mit dem vollen MSB, Polis MSB. Ja, ich komm da nicht hin. Ja, okay, schade. Okay, volles MSB ist wieder leer. Äh, ich brauch... Die sind südlich reingekommen, es hat nur einer überlebt. Südlich, okay. Ja. Wie viele Minuten noch? Ah, weniger als eine Minute, aber das haben wir schon. Okay. Okay.